Herzlich Willkommen und zurück zu Let's Play Fortnite Battle Royale. Naja letzte Woche war auch wieder nicht so gut, aber wir haben diesmal nur zwei Spiele gemacht, zwar keinen gekillt, aber nur zwei Spiele und nicht fünf Spiele in einer Folge. Naja wir werden sehen was diese Woche auf uns zukommt und was passiert. Ich habe hier schon Nervennahrung, weil ich nehme die Folge gerade auf nach der von letzter Woche. Ich brauche einfach Nervennahrung Jungs und Mädels, ansonsten wird das nichts mehr. So, jetzt bin ich auch hier noch so ein alter Rocky Rambo. Jetzt komme ich nicht mal an die Waffe ran, nur dann sagt man einfach das Haus hier, sagen wir da auch noch hier, geht das gleich los in einer Sekunde und los geht's. So, wo fliegen wir denn diesmal rüber? Ist das normal, das ist so dämmert? Über unseren, sagen wir mal wieder hin? Na komm, wir gehen auf unseren Golfplatz, da haben wir meistens immer gute. Warum wird es mir zu dunkel? Ich wusste gar nicht, dass es bei Fortnite dunkel wird. So, wir springen gleich ab. Und zwar jetzt. Da kommen auch so einige. Ich füge Papa mal hier vorne hin. Dann fliegen wir mal hier vorne hin. So. Einmal einen Warnschuss abgegeben. Das trifft man auch einfach mal so gar nicht, ne? So. Gibt's hier auch nix. Mist, Mist, Mist. Letztes Loch ist unsere Hoffnung. Gar nix. Okay. Dann müssen wir, sollen wir den Golfwagen nehmen? Wo müssen wir denn hin? Hier, nehmen wir einfach mal den Golfwagen und ziehen hier gleich mal ab. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas drin ist. Auch nicht. Dann nehmen wir einfach den Golfwagen und hauen einfach ab. Wo ist er denn jetzt hin? Da. 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 ist ja noch was drin. Da ist nix. Na komm, das können wir noch mitnehmen. Wir haben noch mal schnell die anderen Löcher abfahren. Da. Da. Schrottflinte. Da. 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 Das war's für heute. so ich war ganz schwer habe ich gerade voll verpeilt so jetzt können wir mal schnell ab und sagen wir mal ein paar waffen gefunden es war mal mit unseren kohls baggie sie eigentlich was drin noch kurz den tag ich bin der neue ist okay bisschen munition ist ein verbandsmaterial über den berg wir sagen das jetzt unser fahrbarer untersatz für die folge wo stellen wir den mal hier ab so gucken wir mal in den kaputten hallen hier ok die kiste ist geöffnet hier war wer da unten ist wer aber hier ist anscheinend keiner können wir unser baggie wieder nehmen und weiter fahren wo 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 Wow. hier scheint er hat sich gesehen und hat sich versteckt wo wo ja Tja, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. So, dann werden wir gleich uns nochmal anmelden, das war echt schlecht. Man gibt echt ein zu gutes Ziel mit diesen Dingen, aber man kommt aber auch scheiße weit damit. So, okay, es lädt schon wieder. Gucken wir mal, wie das nächste Match so wird. Nochmal ein bisschen von der Möhre. Nein, das ist ein Schwarz, das sind beiden Trauben. So, es lädt, es lädt, es lädt. Okay, man muss nur gegenlaufen. Warum schaffe ich es da nicht hoch? Jetzt. Ah, ah. keine munition und es müssen ja auch gleich losgehen ein paar zäune kaputt so und los geht's fliegen wir diesmal lang von hier nach da ok wollen wir mal was waren wir waren jetzt einfach mal was die landen direkt hier unten keine waffe was ich gar nicht wie viel damit drin gelandet sind ok natürlich mit wo sind sie denn da war einer die den gesehen und die 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 die